Nächster Fall, Frau Erna Watzke. Ja, schönen guten Tag. Ja, Frau Watzke, Sie sind ja nun angeklagt wegen Körperverletzung. Ja, ja, ja. Nun, schildern Sie doch dem Gericht mal aus Ihrer Sicht, wie Sie mit dem 23-jährigen Adolf Frank aneinandergeraten sind. Dem habe ich die Fresse poliert. Das ist doch ein Nazi. Frau Watzke, das steht doch hier überhaupt nicht zur Debatte. Hier geht es ausschließlich um den Tatbestand der Körperverletzung. Ja, gut, ja. Ja, also ich musste ja an dem Tag noch zu Aldi, um Katzenfutter zu kaufen. Für Sie? Nee, ich esse von Aldi ja nur das Hundefutter. So ein bisschen mit Zwiebeln angebraten, lecker, ja. Nee, nee, also das Katzenfutter war ja für die Katze. Ja, jetzt, Sie kommen also zum Aldi. Wie war das denn da jetzt? Ja, da kommt man ja kaum rein. Da stehen die ja immer mit ihren Bierdosen in der Hand und versperren den Eingang und so weiter. Und Sie glauben ja gar nicht, wie die stinken. Und Sie glauben gar nicht, wie viele von denen da inkontinent sind. Ja, also ich sage mal, wenn ich mit meinen 81 Jahren noch richtig aufs Klo gehen kann... Frau Watzke, bitte kommen Sie zum Thema. Ja, und dann diese Glatzen, ja. Die sind ja so doof, ja. Also die haben bei uns neulich, haben sie sogar das Tierheim angezündet. Nur weil da drüber stand, Tierasyl. Ja, also diese Glatzen, die sind ja so doof. Also das sind doch alles Nazis. Moment, Frau Watzke, das will ich aber überhört haben. Da sind doch auch viele Jugendliche dabei, die eine schwere Kindheit hatten. Und das mit den Glatzen ist doch im Grunde so eine Art Protest. Wie bei uns früher die Beatles-Frisur. Wie jetzt? Na ja, nur jetzt nach innen. Ach so, ja. Na ja, gut, ja. Also ich bin da jedenfalls, bin ich da zu dem Aldi rein. Frau Watzke, uns interessiert doch nicht, wie Sie reingegangen sind, sondern wie Sie wieder rausgekommen sind. Ach so, ja, ja, ja. Ja, da stand ja da diese junge Dame aus Afrika und die Glatzen haben hier aus ihren Bierdosen bespritzt, ja. Und drumherum standen die ganzen Leute und haben zugeguckt. Ja, und da konnten Sie jetzt nicht jemanden bitten, der Asylbewerberin zu helfen? Na, wen soll ich denn da fragen? Die Männer machen ja sowieso nicht den Mund auf, nicht? Mein Humboldt ist ja genauso. Zu Hause lässt er den Terminator raushängen, nicht? Und in der Fußgängerzone ist das Schweigen der Lämmer angesagt. Und deshalb haben Sie dann dem jungen Mann Ihre Schirmspitze unterhalb des rechten Rippenbogens in die Leber eingeführt. Nee, 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 das war ja ganz anders, nicht? Also, erst mal habe ich ihm ja hier so mit dem Eau de Cologne so ein bisschen so in die Augen gespritzt. So, pff, 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 pff. Verstehen Sie? Das riecht ja so streng, das nehme ich sowieso nicht. Das schenkt mir immer meine Schwiegertochter. Ja, aber dann haben Sie mit der Schirmspitze... Nee, 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 dann habe ich ihm ja hier mit der Handtasche so kräftig in die so... Ja, wohin bitte? Ja, in die Bremsklötze. Na gut, aber haben die sowas nicht errichtet, oder was? Das steht doch hier überhaupt nicht zur Debatte. Jedenfalls haben Sie dann die Schirmspitze in die Leber... Ja, das war ja vielleicht eine Sauerei. Da kam das ganze Bier ausgespritzt. Frau Watzke, warum haben Sie bei der Polizei ausgesagt, dass der junge Mann Ihnen die Handtasche stehlen wollte? Das musste ich doch. Nur wegen der Siegheilruferei hätten Sie doch womöglich gar nicht verknackt. Frau Watzke! So sieht's doch aus! Da waren ja diese Dien hier und so und Sie hätten wahrscheinlich gar nicht... Frau Watzke, noch eine derartige Bemerkung und Sie bekommen von mir drei Tage Ordnungshaft. Ach, die nehme ich direkt, Herr Richter. Wissen Sie, ich krieg so wenig Rente, da bin ich froh über jeden Tag, wo ich mein Essen nicht selber bezahlen muss. Die ist ja wohl hier... die nehme ich zweifelig. Frau Watzke, den Akten entnehme ich, dass Sie nicht zum ersten Mal einschlägig aufgefallen sind. Am 20. April 95 zwangen Sie einen Taxifahrer mit vorgehaltener Hutnadel in eine Kundgebung der jungen Nationaldemokraten zu fahren. Nee, 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 das war doch keine Hutnadel, das war ja eine Stricknadel. Ich mach ja viel für meinen Enkel, nicht? Frau Watzke, bitte. Am 25. Februar 98 haben Sie den Landesvorsitzenden der Deutschen Volksunion von Mecklenburg-Vorpommern unter Vortäuschung persönlicher Sympathien für seine Partei in Ihre Wohnung gelockt. Ja, genau. Angeblich, um mit ihm zu verabreden, wann er Sie persönlich in seinem Wagen zum Wahllokal chauffieren solle. Ja. Stattdessen haben Sie den Mann drei Tage lang in Ihrem Badezimmer eingesperrt. Das wusste ich doch, anders hätten wir Sie doch nie unter den fünf Prozent gekriegt. Das wusste ich doch mal. Das war eine, das war eine, das habe ich Ihnen da so. Frau Watzke, ich könnte ein noch zu bestimmendes Strafmaß, ein letztes Mal zur Bewährung aussetzen, wenn das Gericht zu der Ansicht gelangt, dass Sie sich in Zukunft bessern wollen. Ja, sowieso. Ich mache das ja alles nicht mehr. Das mit dem Schirm, das kann ich ja auch gar nicht mehr. Ich habe ja hier unten immer dieses Reißen, nicht? Und deswegen habe ich ja jetzt auch in der Volkshochschule diesen Kurs ausbelegt. Ach, das ist ja interessant. Und was machen Sie da? Bogen schießen für Senioren.